Hallo, ich heiße Oksana Vasiljeva und wir lernen Thema Mein Handy ist kaputt. Mein Handy ist kaputt. Ich muss beim Reparaturservice anrufen. Guten Tag, mein Handy ist kaputt. Reparieren Sie Handys? Schön. Wann kann ich kommen? Gut, dann komme ich in einer Stunde. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur? Ein bis drei Tage? Schön. Dann bis später. Auf Wiederhörden. Haben Sie auch schon einmal beim Reparaturservice angerufen? Schreiben Sie bitte unten. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.